Für jede Disziplin und Reitart gibt es den passenden Sattel. Die Firma Stübben bietet eine große Vielfalt an Sätteln an. Vom klassischen Spring-, Dressur- oder Vielseitigkeitssattel, Übergang-, Pferde- und Distanzsattel bis hin zum Polosattel. Der erste Schritt zum passenden Sattel führt in die Manufaktur von Stübben. Die deutsche Meisterin der jungen Vielseitigkeitsreiter Pia Münker benötigt für den Parcours einen neuen Springsattel. Hi Pia! Was kann ich mich tun? Ich interessiere mich für einen Springsattel. Sollen wir mal durchgehen? Ja, das wäre gut. Vor dem Kauf sollte festgelegt werden, für welches Einsatzgebiet der Sattel genutzt werden soll. Neben der Optik und dem persönlichen Geschmack sollte der Reiter die passende Sitzform für sich finden. Vielseitigkeitsreiterin Pia braucht für jede Disziplin den richtigen Sattel. Um im Vorfeld ein Gefühl für den neuen Sattel zu bekommen, kann vor Abprobe gesessen werden. Denn nicht nur das Pferd, auch der Reiter muss sich im neuen Sattel wohlfühlen. Dabei sollte darauf geachtet werden, ob die Sitzgröße ausreichend ist und das Bein in einer optimalen und angenehmen Position liegt. Neben der Farbe des Leders kann auch dessen Beschaffenheit gewählt werden. Das dublierte Leder, sprich das weichere ist etwas griffiger. Oder halt hier das normale Blankleder ist etwas fester. Beides sehr gut, wobei man sagen muss, hier hat man besseren Grip. Pia hat sich für den Springsattel Edelweiß CS Deluxe entschieden. Nun muss er nur noch auf ihr Pferd angepasst werden. Tschüss! Dazu werden Sattelbäume in verschiedenen Größen zur Anprobe mitgebracht. Hi Pia! Hi! Das ist das Pferd, worüber wir gesprochen hatten? Ja, genau. Das ist Louis, er ist jetzt sieben Jahre alt. Nur auf dem Pferderücken selbst kann getestet werden, welche Baumgröße das Pferd benötigt. Dafür habe ich dir jetzt mal drei Bäume mitgebracht, dass wir einfach mal gucken können, was für eine Kammerweite der braucht. Gucken wir mal. Also hier sieht man jetzt ganz eindeutig, der sticht hier in die Muskulatur, der wird zu eng sein für den. Alles klar. Hier sieht man jetzt ganz schön, der geht hier schön in der Schultermuskulatur, passt er über, läuft hier gerade die Schulter hinunter. Der sticht nicht, der liegt nicht auf und wenn man sich nachher das Kissen darunter vorstellt, dann wird der auch schön betragend sein. Hi Pia! Hi! Ich habe dir den Sattel mitgebracht heute. Pias neuer Springsattel ist fertig und wird noch ein letztes Mal ohne Satteldecke auf den Pferderücken gelegt, um seine Passform noch einmal zu überprüfen. Das passt aber. Hier oben kriege ich vier Finger rein. Sollte auch so sein. Liegt auch in der Waage. Ein gut sitzender Sattel ist einfach deswegen ganz wichtig, weil es grundsätzlich die Kommunikation zwischen Pferd und Reiter bildet. Es ist ganz wichtig, dass der Sattel in der Waage liegt, dass sonst die Hilfen nicht korrekt geben werden können. Ein Sattel, der nicht korrekt liegt, kann auf Dauer Probleme hervorbringen. Bevor der Sattel auch vom Reiter getestet werden kann, sollte er einmal festgegurtet werden. Erst dann hat der Sattel seine exakte Lage. Pia ist nun beim letzten Qualitätscheck ihres neuen Sattels. Beim Reiten kommt es darauf an, ob Pferd und Reiter sich mit dem neuen Sattel wohlfühlen. Damit jedes Pferd und jeder Reiter einen perfekt sitzenden Sattel bekommen, bietet Stüggen seine Sattel Custom Made an. Custom Made bedeutet, dass wir wirklich individuell auf Pferd und Reiter eingehen können. Wir können den Sitz, die Sattelblattlänge, das Kissen, alles auf Pferd und Reiter wirklich anpassen, dass im Endeffekt jeder sich wohlfühlt. Und Pia, wie ist das Gefühl? Ich fühle mich sehr wohl. Wie man sieht, Louis hat sich auch sehr wohl gefühlt mit dem Sattel. Mein Bein liegt sehr gut, ich kann sehr schön drin sitzen. Sehr schön. Durch die sorgfältige Anprobe im Voraus und die langjährige Erfahrung garantiert Stüggen die optimale Passform ihrer Sattel für Pferd und Reiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017